Zurück am Crystal Lake sind wir. Vielleicht der 13. Trouple Town Intern. Ich wollte sagen, war jetzt schon die Anmord, weil jetzt labern ja gar nicht die anderen Bobos wieder rein. Und zwar jetzt. Die Günni ist übrigens der Killer. Hallo, ist der Günni der Killer? Guten Abend. Hallo. Ist der Günni da? Ja, bitte. Der schlechteste Killer sagt ja bitte. Ich hätte gerne einen Cheeseburger. Mit Pommes. Oh, neues Intro. Oh, neues Intro. Oh, neues Intro. Oh, lauf weg. Das ist schon brutal. Der stinkt. Der stinkt. Das ist ein Monat. Das war schon brutal. Neues Intro ist nice. Nein, warum bin ich an der Shooting Range? Holy shit. This can't be real. Nicht an der Shooting Range. Kundran. E-Beam. Stequila. Oh, was haben wir hier für ein Auto? Vier Sitzer. Ist das Gute. Hast du was? Jo, hier ist direkt die Batterie. Oh, das wäre jetzt geil, wenn jetzt noch hier Benzin im Haus ist. Kannst du vernünftig einbauen? Hm, ein Semi, also Mittelgut. Ich habe zwei. Wie viele Skillchecks hast du? Komm, ich mach einfach. Ja, sag mir trotzdem, wie viele Skillchecks du hast, dann können wir es nachher überprüfen. Äh, acht oder so. Okay. Hier ist sonst nichts drin, außer halt ein Baseballschläger noch. Jo. Ich habe aber eine Map und wir sind am Arsch der Welt. Wahnsinn. Da hinten, ich gehe mal nach da, Norden, ne? Ein bisschen nur. Jo. Hey, Leute. Hallo, Tau, Tau. Was hast du denn? Schau, das ist das Auto. Batterie ist drin. Das heißt, nur noch Benzin und wir hauen ab. Was ist denn der Zwei-Sitzer oder Vier-Sitzer? Hey, hast du gemerkt, das ist ein neuer Spawn, gell? Äh, ja, ja, die hatten auch, die Intros sind auch neu. Also jetzt, klar, das eine haben wir ja gesehen, aber für die Landmaps auch. Ah, okay, nice. Hey, Grundmann, wir brauchen nicht mehr Benzin. Jo, ich habe Batterie eingesetzt. Äh, dann gehen wir mal weiter. So, ja, auf jeden Fall, Leute. Ähm, diese Woche ist jetzt, äh, da bin ich noch zu Hause. Nächste Woche bin ich an Japan. Äh, es werden Folgen vorproduziert werden für Japan. Es wird nicht für den ganzen Zeitraum reichen. Ähm, ich hoffe, ihr habt noch Bock auf Freitag, der 13. Ich hätte mich sehr gefreut, wenn ein DLC noch vor dem, äh, Dingens gekommen wäre. Ähm, vor, vor der Japan-Reise. Ich würde mich natürlich immer sehr bei euren Support freuen bei F13. Das ist halt ein Projekt, wo wir halt alle acht Leute benötigen. Sonst funktioniert es halt nicht. Äh, Kapuza hat heute leider keine Zeit. Äh, Flocke ebenfalls nicht. Juli ebenfalls nicht und, äh, deswegen bin ich froh, dass Early uns jetzt ausgoldern hat. Ihr dürft gerne auch mal bei Early vorbeischauen. Ähm, auf jeden Fall sehr nett, dass er dann noch kurzfristig einspringen konnte. Denn mit unter acht Leuten ist bei der 13. Äh, echt blöd. Ähm, wir brauchen nur noch Benzin, dann können wir los. Ich habe auch einen Schlüssel, ne? Ja, den haben wir auch schon. Und eine Batterie ist schon eingebaut. Hallo. Freezy, piep einmal. Der kommt von rechts. Freezy! Der ist auf der Straße. Hallo, Early. Äh, bist du schon verletzt? Nein, mir geht's gut. Okay. Hier ist ein Funkgerät. Kann ich damit was anfangen? Äh, wo? Hier, hier, hier. Das ist eine Schreibmaschine. Nein, hier in der Schublade, da links. Damit kannst du mit anderen Leuten reden, die ein Funkgerät haben. Ich hab schon ein Trifffling. Okay. Äh, er ist irgendwie bei uns im Neh. Ich höre die Musik, aber er macht nix. Er freezy drum. Die Batterie. Ihr seid im Norden, oder? Äh, ja. Dein Auto sind wir. Moment, er ist im Haus. Nein, er ist nicht im Haus. Er ist da, da, da. The killer is here. Wollen wir spielen? Das ist ein COD-Spieler. Wollen wir spielen? Das ist ein COD-Spieler. Was? Zwei Big Macs, eine große Cola und eine kleine Pommes. Hier ist die Fuse, hier ist die Fuse. Haben wir nicht. Oh, scheiße. Was machst du mit dem, du Fobo? Hier in der Fuglade. Mr. Dalukas? Mh, jup. Ich schrauf besser noch drin als du. Hä? Gyni? Nee, ich hab schon kurz in den Tag. Was war das? Käse ist leider aus. Tut mir leid. Ah, ha, 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 ha. Dalu, ich hab da was im Hals stecken. Mach das weg. Oh, shit, das sieht böse aus. Ich glaub, der ist toll, Dalu. Oh, er kommt rein, Dalu. Hä, weiß er nicht, dass die Tür offen ist? Hab ich zu spät gesehen. Ja. Die Map ist neu, glaub ich, oder? Neu gebaut. Ich will dir weg. Dalu, Freunde. Ja, ja. Alex, wo bist du? Oh, oh, ja, 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 ja. Mach doch Platz. Hör mich. Was, was, was stammest du denn hier rein? Ich sag mir doch nicht, er ist hier. Schnell durch die Hintertür. Das mag Füße am liebsten. Durch die Hintertür mag er am liebsten. Mach da auf. Ja, ja, komm, die sind weg. Haha, der will uns nie finden. Aua, ich bin gestolpert. Mit X kannst du joggen, Early. Komm hier rein. Komm, Early. Kommt. Ja, der verfolgt. Nichts von uns. Okay, jetzt regenerier erstmal Ausdauer, Early. Hier ist alles safe. König, ich hab dir alles von hinten. Early, komm mit. Wir müssen uns beeilen. Wo bist du? Ah. Im Norden. Von hier. Ja. Ihr mit dem Auto wartet, oder? Wirklich. Ist einer mit einem Walkie-Talkie am Auto? Ja, nö. Links rumfahren, bitte. Hey. Bin ich Tau-Tau. Ich hab hier Benzin noch. Wir müssen zur Straße, Early. Was? Braucht ihr noch Benzin? Für das Zweisitzer nur. Nee, noch nicht. Okay, jetzt müssen wir die Straße lang joggen, Early. Ready. Ich hab Angst, über Fahrt zu werden. Ich weiß es nicht. Noch fahren die nicht. Ich muss noch Benzin weggelaufen. Ja. Was ist die denn? An dem Feldweg da rechts müssen wir. Wir müssen Dan und Early. Er ist bei der Fahrt reingelaufen. Er kommt zu euch. Wir laufen zum Viersitzer. Seid ihr ready? Ja, habt ihr einen Schlüssel? Ja, nein, aber Kunrad hat einen. Nein, er hat nicht. Äh, wer ist denn der andere Vogel? Tau-Tau hat einen. Mara hat auch einen. Welche, wo das an der Auto ist, äh. Unten links ist der. Wir haben keinen Autoschlüssel, Early. Oder hast du einen? Oh Gott, ich dachte gerade, da kommt das. Wo soll ich eine Autoschlüssel denn her haben? Ich hab keinen. Das ist schlecht. Hier ist noch nichts mehr. Ja, die beiden Autoschlüssel sind schon gelootet. Ach, wirklich? Tau-Tau und Maru haben jeweils einen. Okay. Machen wir wenn... Du hast Max, also. Ja, ist nicht schlecht, oder? Ja, finde ich aber auch, also. Der kommt da. Auch dahin? Tau-Tau kommt, glaube ich, zu euch schon. Leute, ich bringe den Sensor. Ja. Und den Schlüssel. Okay. Wir nehmen den Schlüssel, wie gesagt, das kannst du behalten. Die Ketten lassen sich leider unschwer abschicken. Tau-Tau? 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 Sieht nicht. Ah, Maru ist das hier. Wer hat denn die Fuse? Irgendeiner hat doch die Fuse mitgegangen. Wer war denn das? Tau-Tau, oder? Tau-Tau. Schieß ihn ab mit der Flare. Schieß ihn ab! Early! Los, schnell! Was machen wir denn jetzt? Hinlaufen. Die kommen wir hier stellen, Early. Also, warum sind wir hier? Ja, ich bin auch wieder. Und, Einstein-Killer-König ist wieder da. Oh, mein Gott. Bei mir ist er verbuggt, irgendwie. Ich würde mir vorstellen, das andere Auto zu sagen. Ja, ich habe Benzinzoll gefunden, aber wir haben keinen Schlüssel. Den habe ich, im Zweiten. Ach, jetzt läuft doch die Sprache. Geier. Da fehlt aber alles, ne? Da fehlt nur eine Batterie, denn. Early, du hast den Autoschlüssel. Wirklich? Ja, du musst hier hinkommen. Sagst mich schon, weil ich schwach bin. Early, Mann, du musst hier. Nein, Freezy Kill, nicht Early, bitte. Hab ich nicht, ich habe keinen Autoschlüssel, du Arschgeister. Okay, wartet, wartet. Early, steig ein. Steig dich ein. Lass die Fuse, wir sind hier. Los, pass los, lass mich mit. Lass die Fuse hier. Wechseln, einmal hier. Hold up, ha? Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Die hat die Nichts nur auf die Schwarze. Lass mich in Ruhe. Ach, Early, bleibt, ist er noch immer noch. Lass mich in Ruhe, sei kein Rassist. Warte, die nächste große Straße rechts. Lass die schwarze Frau leben. Die geht um die andere Seite. Die geht um die andere Seite. Die müssen jetzt noch die Batterien ins Prinzipien. Dann können wir uns am anderen Autopilot abhauen. Ich will nur die Polizei ruhen. Warum wer ist da, du von euch? Oh, sie sterben noch. Ich bin da. Hier ist die. Alles war durch, bevor wir laufen. Warum machst du das nicht an? Kondran, er muss sich beeilen. Kondran, Kondran. Oh Gott, es ist Darlene. Early. Nicht so negativ. Die, geradeaus noch. Und wir sind rechts. Ja, gut. Er ist zu langsam. Er ist zu langsam. Wir müssen jetzt andere Auto reparieren. Die nächste Kreuzung links. Ja, geradeaus noch. Nach Benzin und Batterie. Und jetzt links. Jawoll. Schöne Sache, Leute. Einfach nicht von wenigstens wieder. Ich bin geschlagen. Und wer schuld daran nach Öl zurückgeblieben ist? Ich war's. War doch schön, oder? Ja. Ja. Ich hab ihm die Tür geklaut. Das war so geil. Wie Tauter gestorben ist und alle ihn gelootet haben. Da hab ich extra gesagt, dass Öl den Schlüssel hat, damit der Gila auf Öl geht. Ja, ich weiß. Tauter ist wieder gekommen. Das Blöde ist, die können die Polizei nicht rufen. Stimmt. Außer Tauter findet seine Leiche wieder. Stimmt. Außer Tauter findet seine Leiche wieder. Der hatte die Fuse und den Autoschlüssel gedroppt. Ich hab die Fuse auch so. Lol. Du hast sie gekillt da. Du alle. Oh Gott. Oh Gott. Moment. Nehmen wir mal an, ich habe sie gekillt. Tauter hätte sie gekillt. Er wäre ja mit Fuse abgehauen. Hier kommt irgend so ein Typ eingelaufen im Haus. Tauter ist jetzt wieder da. Das Brennt wurde fallen gelassen, Egel. Brennt hat er 13 gemacht, aber auch trotzdem immer Spaß, finde ich. Es ist immer lustig, was die Leute halt machen. Oh. Und wieder rein. Bitte. Und wieder. Oh nein. Ja, hat sich befreit. Nicht schießen. Tauter darf nicht schießen. Rennt doch. Ja, aber wohin sollen sie rennen? Ja, keine Ahnung. Also, selbst wenn die jetzt das Auto noch reparieren können, nur zwei abbauen. Wir haben alle Fluchtmöglichkeiten geklaut. Wir diskutieren über den Fluchtmöglichkeiten. Ja, okay. Das war's. Der arme Early Boy. Early ist am Arsch. Maru hatte eh den anderen Schlüssel, wie war das? Ja, Maru müsste den anderen Autoschlüssel haben. Wie würde das noch loswerden. Bei für zwei Schafens könnts noch Schafen rein. Toil ich. Early wird leider sterben, er hat keine Ausdauer mehr. Ja. Es fällt da nicht vorbei. Early muss stehen bleiben eigentlich. Ich glaub, Early hat die Early nicht gesehen. Die rennt doch weg Wenn Maru jetzt das Benzin einfüllt Dann können die fahren, oder? Ne, Batterie ist noch nicht drin Scheiße, die Batterie habe ich irgendwo gesehen Die andere Wir müssen schnell die Batterie finden, um wir abhauen können Wo war denn die zweite Batterie? Ich habe leider auch Benzin gesucht und habe die andere Batterie halt gefunden, die muss auch in der Nähe sein Von dem Auto sogar Ja, ich hatte Glück, ich bin halt in das nächste Gebäude Was ja auch ewig weit weg war gegangen Da habe ich Shigo getroffen und das Benzin gepackt Ja, ich bin an der Shooting-Rainish gespawnt Das ist ja mitten im Wald Das ist ja, wenn du da hin bist, das ist mega kacke Oh, Tautor, jetzt eine Pfanne Und wenn er ihn jetzt wieder instant killt Jetzt ist Tautor richtig so Ja Du hattest sie und wolltest es abhauen Ja, ich habe die mitgenommen Ja, Tautor Ja, Moment, wenn du jetzt nicht von Jason gekillt worden wärst Was hättest du mit der Fuse gemacht? Ja, dasselbe Ja, 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 genau Hey, aber habt ihr das gemerkt? Die haben den Weg abgehendert, gell? Ja, die haben ein bisschen was umgebaut Aber Das haben die komplett anders gefühlt Das kann vielleicht haben die auch gar nichts umgebaut Und man denkt das nur, weil man neu gespawnt ist Die Spawn-Punkte waren random Ne, 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 die Straße ist ja komplett anders Weil hier nochmal hinten am Geräte schuppen Bist du ja nochmal auch rauskommen zur Brücke Den Weg haben sie jetzt so komplett weggefahren Ja, wahrscheinlich, weil es zu nah am Auto war So, Auto, Blücke, Ende So, das war ja super schnell gewesen So ist es Ich fand es jetzt aber super schwer Zum blauen Auto zu kommen Weil da ist ja sonst nichts Da sind keine Häuser Die könnten es Boah, wie langsam Wie lang zwei Minuten dauern Als wir das letzte Mal drüber geredet haben Waren es noch sieben Minuten Das dauert ja eh nicht Aber unser Insta-Killer Ja, Insta gekillt finde ich hat er nicht Wir haben super Wir haben das Auto fertig gehabt Bevor der erste gestorben ist Irgendwann muss er auch töten Ich hab auch keine Zeit Mit beiden Malen hat er auch einfach keine Zeit gehabt Einmal mich zu befreien Weil er nicht die Zweier-Taste oder keine Ahnung Die Kinn-Taste hat Ja genau, aber das musste er Er muss ja Leute töten Ist ja sein Job Ja, ja, aber Ja, egal Wenn er dich jetzt hätte nochmal entkommen lassen Wären vielleicht alle entkommen Du bist dazu der Einzige der gestorben ist Und es sind schon welche abgehauen Also langsam muss er auch instant töten Ja, aber ganz ehrlich Überall das erste Das erste Kinn Das war ein Insta-Kinn Er steht dann in der Tür Er steht in der Bärenfalle Ja, in der Bärenfalle Loil, Early Boy Hat er ein Messer Durchs Fenster Nicht an den Baum Oh, der Baum rechts geht Nein, der Kinn ist jetzt nicht Jetzt probiert er nämlich Bestellst Nicht persönlich immer nehmen alles Nee, nee, aber ich finde es einfach nur komisch Hat Maru die Batterie mittlerweile? Nein, auch nicht Die brauchen wir auch noch Benzin dafür, oder? Das hat Maru schon reingetan Echt? Die schaffen es vielleicht von der Zeit her sogar noch Benzin ist drinnen, aber Eckland können sie eigentlich eh nicht mehr Na, Auto kostet aber auch immer viel Zeit Also im Sinne von ablenken und so Nee, ich meine nur vom Fahren her Allein die Zeit Einbauen, einsteigen Ey, ganz ehrlich Freezy läuft dann jede Valle rein, oder? Eigentlich müsste jetzt Maru wieder reingehen Und An die Hauswand Jetzt wir das aber hoffentlich mal töten Oh Oh Oh, knapp Geht sie wieder ins Haus? Gegen die Hauswand? Ist da wieder eine Bärenfalle drin? Gibt es da heute auch wieder eine Bärenfalle? Noch nicht Finden sie eine? Ich weiß es nicht Sie müssten jetzt so locken, dass da wieder eine ist Einfach so sagen Haha, wir haben hier wieder was vorbereitet Sag Maru gerade Leider hat er danach gelacht Ich weiß aber eh nicht, ob er es gehört hätte Ich bin einfach noch zu weit weg Hallo Ich würde die Tür noch entriegeln Er kann eh durchlaufen Du spierst da eigentlich nur selbst den Weg mittlerweile Mach doch den Shift Oh Maru? Oh Maru? Oh Oh Maru? Schade Ich dachte Maru hätte ihn getroffen Zwei Minuten wären es noch gewesen Early Guten Tag War knapp War knapp Und Hier ist es hier so Das ist die nächste Falle Hier ist wieder der Falle Ach so Moment, den Zwei-Minuten-Timer, den bekommt der eh, per Info Ja, der kam gerade in dem Moment, wo ich verreckt bin Ja, der kam gerade in dem Moment, wo ich verreckt bin Ihr seid so richtige Anti-Mates Es war ein Viersitzer und kein Fünfsitzer Ja, ich war zuerst da Ich habe auch nichts für Also ich hatte eine Batterie und Benzin reingefüllt Du hattest halt den Schlüssel Early Oh, das kostet Zeit mit den Wurfmessern Einfach weggegangen Nein, nicht noch mal hingehen wollen Gibt es denn jetzt echt Leben? Oh, der Wurf Oh, Gott Help Help Jetzt noch die Falle rein Jetzt noch die Falle Das schafft er Die Falle lag doof Get dodged Get dodged Das hat er nicht mal gegeben Bitte nicht Bitte nicht Irgendwie geil war das denn Wenn Freezy jetzt in die Falle rennt, wäre das noch schlechter Versuch diesen Nein, er hat ihn verloren Jetzt läuft er in die Falle Jetzt läuft er in die Falle Jetzt läuft er in die Falle Nein Ja, ja Ja, jetzt kommt es mal Ist vorbei Ist vorbei Ja Oh, wenn er rein stiftet Er schafft es nicht Hat er Ja Wenn es euch gefallen hat, Leute Lasst ein Like da Schaut bald den anderen vorbei Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Macht's gut bis dahin Und tschau Ihr Job Ihr Job Ihr Job Ich bin ja Halt Ich bin ja Es gibt Töne Und Ich bin ja Entferf Ich bin ja Ja, ich bin ja Ich bin ja Ich bin ja